Bei Bares für Rares steht ein altes Werbeplakat zum Verkauf, das Moderator Horst Lichter, 62, ins Schwitzen bringt. Auch der Experte ist begeistert. Im Händlerraum passiert dann aber Unerwartetes. Ich habe mich daran satt gesehen, erklärt Besitzerin Martina kurz gleich zu Beginn ihres Besuchs im Pullheimer Waldzwerk bei Köln. Das habe ich vor 30 Jahren bei einem Trödle im Allgäu gekauft und fand den Spruch witzig. Neben dem Gesicht einer Krankenschwester zeigt das Objekt aus den 1950er Jahren den Schriftzug Camellia gibt allen Frauen Sicherheit und Selbstvertrauen. Lichter traut sich anschließend gar nicht, den Zweck des Produkts auszusprechen. Charmant gibt er den Ball deshalb an Detlef Kümmel weiter. Camellia ist ein, leitet der Schnauzbartträger zunächst den Satz ein und zeigt dann auf den Experten. Der 56-Jährige hat weniger Charme und vollendet. Ein Produkt für die weibliche Monatshygiene. Konkret. Es geht um Damenbinden. Aus heutiger Sicht zeichnet das Plakat natürlich ein überholtes Frauenbild. Damals sei es aber kein massenkompatibles Thema gewesen. Der Hersteller habe damit wohl Seriosität und Zuverlässigkeit ausdrücken wollen. Doch was ist der Siebdruck wert? Unter 300 Euro möchte ich es nicht hergeben, stellt die Verkäuferin sofort klar. Weil ihre Rarität in einem nahezu perfekten Zustand ist, geht Kümmel sogar noch darüber. Es muss zwischen 400 und 450 Euro bringen. Viel besser hätte es für kurz bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht laufen können. Doch das letzte Wort in der beliebten ZDF-Trödelshow haben bekanntermaßen nun mal die potenziellen Käufer. Und die haben an diesem Nachmittag, zum Leidwesen der Studio-Gästin aus Walluf, Hessen, eine ganz eigene Sicht auf die Dinge. Ich fange mal mit 80 Euro an, flötet Walter Waldi-Lenertz, 57. Sein Kultgebot ist damit schon mal platziert. Doch dann der Schock, kein anderer Händler will in den K, R, Amf um das Werbeplakat für Damenbinden mit einsteigen. Weil es sich bei den 80 Euro meist um ein Spaßgebot handelt, erhöht der 57-Jährige immerhin noch auf 120 Euro. Verkäuferin Kurz winkt trotzdem sofort ab. Als letztes Ass im Ärmel wirft sie die Schätzung des Experten in den Raum. Keine Reaktion. Sie beschließt, dann werde ich es wieder mitnehmen. Und bricht ab. Fabian Kahl, 32, sucht die Schuld für den Flop bei sich und seinen Kollegen und meint. Vielleicht haben wir den Wert einfach nicht erkannt. Also, wenn wir den Wert einfach nicht erkannt haben, können wir den Wert einfach nicht erkannt.